Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mr. Angezockt spielt Sid Meier's Civilization 5. Wir müssen jetzt erstmal K.O. Unsere Mauer hat sich ausgebaut. Moskau noch nicht mit drin und hier die Staaten rundherum auch noch nicht, aber es sieht doch schon mal gut aus. Sankt Petersburg ist jetzt dabei im Vergleich zum letzten Mal. Wir gucken. Unser Ziel ist es ja, Spanien so schnell wie möglich fortzumachen. Wir haben gesagt, wir fangen mit der Demografie an, aber ich befürchte, die ist immer noch so langweilig. Tja, wir sind überall dick. Der erste Platz sogar auch weit immer über dem Durchschnitt. Dann machen wir einfach mal direkt in die nächste Runde und gucken. Ah, okay, ich hatte hier die Reiter nach Sevilla gebracht. Genau, da würde ich vielleicht auch noch gerne Kanone hinbringen. Tja, ich muss jetzt Madrid auf jeden Fall nehmen und Kathmandu. Ragusa verlangt einen Handelsweg. Ja, kann ich momentan leider nicht dienen, weil ich nicht weiß, was da ist, Ragusa. Hm, ich dachte eigentlich, dass wir einen Handelsweg haben. Gut, Barcelona kriegt kein Arbeitsboot für das bisschen Wasser. Wir gucken mal, ach so, Barcelona ja frisch übernommen. Dann kriegen sie einen, ach, auch in der Stadt mit echt hoher Produktion. So, ich würde jetzt mal sagen, haben wir schon lang nicht mehr gemacht. Die manuelle, die Spezialisierung, dass wir, da können wir eigentlich mal ein paar Städte noch mal drauf einstellen. Ich weiß gar nicht, hier hatten wir das schon gemacht. Asur wahrscheinlich auch. Ninive wahrscheinlich auch. Produktion, Fokus auf Produktion gestellt. Bei Moskau müssen wir auch mal reinschauen. Da natürlich nicht. Novgorod auch nicht. Und ja, da haben wir es gerade eben gemacht. Und hier oben haben wir doch noch eine Stadt. Auch hier stellen wir auf Produktion. Gut, gut, gut. Produktion wählen. Wo war das hier? Okay, hier können wir in Moskau jetzt eine Fabrik bauen. Das will auch jeder. Bringt eigentlich sehr, sehr viel. Einheit benötigt. Befehle. Wo sind wir da? Die Artillerie. Die kann sich einfach mal in Bereitschaft halten. Wir haben ein wertvolles Artefakt. Ihr könnt das Artefakt etwa entweder bergen, um dadurch Tourismus zu generieren, oder ihr erschafft ein Wahrzeichen um Kultur. So, Artefakt bauen, Wahrzeichen bauen. Ein Wahrzeichen bringt abhängig von seinem Alter Kultur ein, wenn es bewirtschaftet wird. Artefakt wird im nächsten Großkunstzwerg platziert. Artefakt bringt zwei Kultur und zwei Tourismus. Ja. Das heißt, abhängig davon, wie alt das ist. Eine Münze. Na, okay. Wir machen mal einfach, dass wir es irgendwo platzieren. Und ihr wartet hier erstmal ab und wir springen wieder in die nächste Runde. Wir machen auch echt dick Kultur pro Runde. 46 zufrieden. Da haben wir noch. Denunziierung durch den Feind ist zu Ende. Ich bin mal gespannt. Oh, die rüsten jetzt hier aber wirklich auf mit Gettling und allem drum und dran. Aber ich habe hier halt Technologie, Elektrizität wurde gestohlen. Ein unbekannter Spion hat die Geheimnisse durch... Ach, die Spastis. Und ja, was machen wir hier? Auch hier bauen wir vielleicht erstmal eine Bank für noch ein bisschen mehr Gold. In Moskau, Wasserkraftwerk. Das auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ach, hier den Priester. Da wollten wir Barcelona auch unserem Glauben wieder bringen. Hat auch geklappt. In die nächste Runde springen wir schnell. Heute läuft... Ah, hier. Ja. Der Marokkaner schickt wieder den Propheten rum. England. Eine Botschaft. Ähm... Gut. Ich habe mir ja schon fast gedacht, dass ihr das nicht... nicht wollt. Ja, dann machen wir es einfach so. Eine Botschaft ist nie was verkehrtes. Ich dachte, ich kann einfach noch mal ein bisschen Gewinn für uns rausschlagen. Aber heute müssen wir ein bisschen... Bukarest wird angegriffen. Okay. Tja. Es ist die Frage, ob ich irgendeine Einheit nach Bukarest schicken kann. Ich meine, von hier ist Bukarest... Wo ist denn Bukarest? Gibt's doch nicht. Auch hier oben auch noch. So, wir dürfen Isabella wieder den Krieg erklären. Und das heißt für uns, wir... ...bauen hier... ...einen Schützen. Und ja, hier gehen wir dann mal hier runter und verbreiten unseren Glauben. Und ja. Ich denke, wir sollten uns erlauben können, anzugreifen. Können wir auch von hier direkt die Stadt angreifen? Natürlich. Sie haben uns denunziert für zwei verbleibende Runden. Ja, ja. Du kannst meckern, wie du willst. Ach, da fällt mir gerade ein. Optionen. Audio-Optionen. Ich muss mal die Musik ausmachen. Auch wenn ich die echt schön finde, aber ich habe da die ganze Zeit bei YouTube Probleme. Und das muss jetzt nicht wirklich sein, dass wir da irgendwie Probleme kriegen. So. Dann gucken wir mal. Ich vergesse es, offene Grenzen, ey. So. Warum lädest du? Äh, lädest du? Funkwesen ist fertig. Ermöglicht den Bau eines Funkturms, bringt mehr Kultur. Willkommen in der Moderne. So. Spion. Achso, halt, Spion wurde rekrutiert. Ich kann nur Dampfmaschinen oder Biologie. Wir gehen jetzt erst mal auf die fünf Runden. Kampfmaschinen. Was wollen sie? Sie möchten, dass sie einen Land- oder Seehandelsweg baut. Ähm, ja, möchten wir auch irgendwann. Und das ist unsere Stadt. Was geht denn da ab? Äh, wow. Also wir müssen jetzt echt schnell Barcelona angreifen, dass... Ähm, äh, dass wir ihn davon ablenken, uns da oben weiter anzugreifen. So, überall, wo ich Gold produziere, bauen wir jetzt Armeen, und zwar Artillerie. So, was bauen wir hier? Machen wir Forschung. Das heißt, hier bauen wir vielleicht mal eine... Na, vier Züge. Eine Kavallerie. Und hier gehen wir nochmal auf eine Artillerie. Und jetzt greifen wir da mal an. Na, warum? Ach, wir haben schon angegriffen. So, das ist die Kanone, die in der Stadt war. So, die nächste Kanone darf sich hierhin bewegen. Auch die bauen wir auf. Die Schützen ziehen wir mal hierher. Und auch hier greifen wir mit denen an. Schade, es langt nicht mehr. Ich hatte ja noch Bewegungspunkte der Schütze. Noch ein paar. Okay, ich gehe jetzt gegen Einheiten. Einfach, dass er wirklich hier den Zug hat, dass er... Ah, hier, hier, meine Fresse hat er da hinten viel. Wo hat er das auf einmal her? Ah, den haben wir noch. Das heißt, hier könnten wir eigentlich auch gegen die gehen. Macht auf jeden Fall Sinn. Eine Einheit tot. Einheit benötigt Befehle. Die geht mal nach da. Und rust sich aus. Weiter geht's. Ich befürchte, dass Sevilla diese Runde fällt. Es ist echt Schaden, dass ich da noch im Bürgerkrieg bin. Sonst könnte ich ja mit der Stadt auch verteidigen. Aber ein bisschen Schaden machen wir. Das ist gut. Also auch allein an den Schiffen teile ich gut aus. Und ich habe momentan ja noch gar keine Schiffe. Ach, die Schiffe schießen nach. Das habe ich. Aber er scheint überlebt zu haben, wollte ich sagen. Einheit wurde getötet. Ja, können wir, müssen wir mit leben. Denunzierung durch den Feind beendet. Hier unten ist irgendein Kampf. Das sind aber Piraten. Ach nee, Vilnus greift auch. Das ist doch schön. Meine Verbündeten greifen auch. Wir verlieren die Kontrolle über Jerewan. Sehr ärgerlich. Technologie, Archäologie gestohlen. Sevilla leidet Hunger. Einheit wurde... So, Asur. Wir brauchen Artillerie. Die wurde getötet. Ja, und hier... Ach, in unserem Gebiet wurden Gegner gesichtet. Interessant. Das Problem ist... Ich mache jetzt mal hier die Kanone weg. Und bewege mich gleich wieder zurück in die Stadt, dass hier wir ein bisschen Verteidigung in der Stadt haben. So. Alles, was wir haben auf... Die Frage, ob ich jetzt hier ein bisschen die Schiffe angehen soll, mache ich jetzt einfach mal. Wo dürfen wir Produktion wählen? Wir schicken auch eine Artillerie. Oh, hier habe ich eine Gatling als Verteidigung. Die... Ups. Bewegt sich dahin. Novgorod ist das. Novgorod ist noch zu weit hinten. Da muss ich... Da muss ich... Erst ein bisschen... Weißt du was? Hier gehe ich jetzt... Reite ich einfach an denen vorbei. Schade, dass die... Nicht noch einen Bewegungspunkt mehr gehabt hätten. So, jetzt könnte ich... Ne, wir gehen hier... Was der für Schiffe hat? Meine Fresse, ey. Die Runde machen wir noch fertig. Du, äh... Ruhst dich mal aus, General. Und bevor wir in die nächste Runde gehen, verabschiede ich mich für heute. Okay, Budapest ist nicht mehr unser Freund Vilnius. Hätte gern eine Straße. Habe ich nicht aber jetzt hier nach Mailand eh eine Straße geplant gehabt? Wisst ihr was? Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Darum sage ich, das war es für heute mit... Wir haben noch einen Spion zu verteilen. Mal gucken, wo wir ihn hinverteilen können. England, Jervan, Marokko. Dann geht er... Ach, geht er als Diplomat da hin, weil... Wissen haben sie eh nicht. Die klauen ja alles bei uns. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das war es für heute mit Mr. Angezockt Spiel Civilization 5. Und sind schon auf nächstes Mal gespannt, ob wir es schaffen, dann Spanien einzunehmen. Macht's gut!